Lustiger Roboter Es fängt dann zu klopfen, wenn man schnell fährt, richtig? Ja, es begann gestern während des Rennens. Oh, aha, ich werde den Mechanismus aufrechterhalten. Nun, lasst die Gefangenen aus Zeller 3 und 8 los. Aber sie sind sehr gefährliche Banditen. In ein paar Tagen werden sie vor Gericht stehen. Tu einfach, was ich sage. Es ist die ministrielle Anweisung. Oh, 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 oh. Ha, es ist erledigt. Lass uns sehen. Lass uns sehen. Haha, es ist besser als der Film. Die Bank wurde geschrumpft. Der Dieb mit der Waffe brach im Laden an der Ecke der Straße Pacific on Brookline. Es gibt einen Kampf im Café. Es gibt eine lokale Hypothese in der Stadt. Wir haben auch nicht genügend Polizeiautos. Warum gehen wir nicht essen? Aber Chef, da ist. Wenn es Zeit zum Mittagessen ist, denke ich nicht an den Krieg. In ein paar Stunden wird sowieso alles in Ordnung sein. Nun, schicke alle Autos zum Anruf des Cafés. Der Frieden der Bürger ist das Wichtigste. Oder wie man so schön sagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Waren wir lange nicht hier? Was ist denn hier los? Die Nachrichtensendungen im weiteren Radio. Alarm in der chemischen Abfallverarbeitungsanlage ausgelöst. Hier sind nur zwei Blocks davon entfernt. Lass uns da hineilen. Drückschäube des Verkehrs. Es gibt keine Verführung. Nun. Warte. Es ist nicht so einfach, Drohnen zu steuern. Aber es ist nicht so schwierig. Schau. Wenn sich alle Schrauben gleichzeitig drehen, hebt die Drohne sich einfach ab und fliegt. Aber wenn sie sich drehen müssen, müssen sich zwei Propeller schneller bewegen als andere. Schau. So. Du wirst bald die Welt mit dem Wissen erobern, die du hast. Sie werden gefährliche Chemikalien stehlen. Die Hilfe kommt. Aber wir müssen sie sofort aufhalten. Heben sie ihre Hände hoch und gehen sie vom Waren weg. Oh, du bist hier. Gerade noch rechtzeitig. Hilf den Jungs, die Fässer zu laden. Denn sie werden es für immer tun. Aber wer erhielt denn die Nachricht, dass es einen Raubüberfall in der Fabrik geben wird? Deshalb bringen wir sie an den sichersten Ort. Hä? Es ist ein toller Plan, Boss. Aber nicht für heute. Unser Ziel ist es. Ich bin so froh, dich zu sehen. Es ist so rührend, dass ich jetzt weinen werde. Hat jemand ein Taschentuch? Wir gehen jetzt auf die Station. Und sie kommen dort ein Taschentuch und ein... Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh. Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.